Wir stellen die neue SynchroPrint 5000 Siebdruckmaschine vom Branchenpionier MHM Austria vor. Dieses neueste Meisterwerk ersetzt die SP 4000, welche weltweit als die beste Siebdruckmaschine am Markt anerkannt war. Die SP 5000 ist ein würdiger Nachfolger und das Flaggschiff unserer Karusselldruckmaschinen. Die SynchroPrint 5000 ist mit bis zu 18 Druckstationen erhältlich, sowie Standarddruckformaten von 50 x 70 cm, das sind 20 x 28 Zoll, oder 70 x 100 cm, das sind 28 x 39 Zoll. Die Druckformate können auf Nachfrage auch auf ihre speziellen Anforderungen angepasst werden. Die SynchroPrint 5000 Automatik ist die einzige Karusselldruckmaschine weltweit mit einem automatischen Siebpositioniersystem, bei der Motoren die Siebpositionierung kontrollieren. Sobald die Siebe positioniert sind, können diese Einstellungen abgespeichert und wieder aufgerufen werden. Die Speicherkapazität ist nahezu unbegrenzt. Die Rüstzeit für ein zuvor abgespeichertes Design reduziert sich auf Sekunden. Es müssen nur die Siebe eingesetzt und das Design aufgerufen werden. Die Siebe werden von den hochpräzisen Schrittmotoren automatisch auf die exakte Position gefahren. Ein weiterer Vorteil bei der SynchroPrint 5000 Automatik ist das bemerkenswerte Go-To-System. Beim Einrichten eines neuen Druckauftrags muss der Bediener lediglich das erste Sieb positionieren. Im Anschluss einfach den Go-To-Knopf drücken und alle restlichen Siebe fahren synchron auf die exakt gleiche Position. Ein Umschalten zwischen Schrittgrößen von 1 mm bis runter zu 0,01 mm ermöglicht eine unvergleichliche Genauigkeit bei der Siebpositionierung. Alle Druckstationen können auch direkt vom Tablet aus gesteuert werden. Die Siebpositionen können während der laufenden Produktion direkt verstellt werden, wofür die Maschine nicht extra gestoppt werden muss. Die Einstellung kann am Tablet bei nur minimaler Unterbrechung der Produktion vorgenommen werden. Durch diese ausgeklügten technischen Lösungen ist die SynchroPrint 5000 Automatik äußerst effizient und sehr einfach in der Bedienung. Ein weiteres Feature ist der Palettenwechsel mittels Knopfdruck, welcher auf allen MHM-Maschinen Standard ist. Ein einfacher Knopfdruck reicht aus, um die Paletten zu wechseln. Unser Sieb-Klemmsystem mit MHM-Passabuchsen ermöglicht eine hochpräzise Siebposition, exzellente Stabilität sowie höchste Wiederholgenauigkeit. Alle MHM-Siebdruckmaschinen ermöglichen einen sehr schnellen Rakelwechsel. Die Rakel haben eine einzigartige schwimmende Aufhängung, um einen gleichmäßigen Druck zu gewährleisten. Der Winkel der Druck- und Flutrakel kann mittels einer leicht ablesbaren Skala in 5-Grad-Schritten eingestellt werden. Auch die Höhe der beiden Rakel kann unabhängig voneinander verstellt werden. Der Fahrweg des Rakelwagens und dessen Geschwindigkeit kann einfach und werkzeuglos in beide Richtungen eingestellt werden. Der Rakelantrieb garantiert eine gleichmäßige Bewegung bei jeder Geschwindigkeit, unabhängig vom Rakeldruck, was zu einem überlegenen Handling beim Drucken mit feineren Sieben führt. Die Siebpositionen und Geschwindigkeitseinstellungen können für besseren Bedienkomfort direkt an jeder Druckstation abgespeichert werden. Sämtliche Linearführungen sind vollständig abgedichtet, um eine Verschmutzung zu vermeiden und die Lebensdauer zu erhöhen. Der Absprung von 0 bis 10 mm kann für alle Druckstationen zentral am Tablet verstellt werden, was einen Wechsel zwischen verschiedenen Materialien wesentlich vereinfacht. Eine individuelle Absprungverstellung für jede Druckstation ist optional ebenso erhältlich. Mittels Sicherheitstechnologie der neuesten Generation werden die CE-Standards vollständig erfüllt. Mit der innovativen Hybridsteuerung mit M-Touch Pro ist dies die Maschine für Ihre künftige Produktion. Eine große Auswahl an Optionen ist erhältlich, einschließlich Lösungen für Flock- und Foliendruck, verschiedene Zwischentrockner, eine WiFi-Verbindung zum PC- oder Mobiltelefon sowie technischer Online-Support. Die SynchroPrint 5000 Automatik setzt wieder einmal den Maßstab, an dem sich andere orientieren. Selbstverständlich von MHM. Innovation, Quality, Reliability 1. 1. 2. 10. 10.